hallo und herzlich willkommen zu einer super coolen super krassen neuen folge von ttt travel in terrorist town der applikation von gary's mod und zwar sind dabei heute der bledick der chris gold der tabu hallo ihr ungläubigen erzieht mein schatzi und nemesis mit dem kanal mattes zockt ja ich kenne die map nicht wir sind nur zu sechst heute mal aber das ist cool wegen weil dann haben wir nur einen trader ich gebe die runde frei go ich bin fast tot weil ich runtergefallen bin ich bin auch in der insta gelaufen wäre ich mal drei tore lol was ist das für eine map da immer alle als ungläubige bezeichnet woran sollen sie denn glauben hat hier schon so einen heiligen sagt inno ich hab angst der tretore hat hier schon aufgeräumt und der tretore sagt mir es muss nemesis sein also mein treto was dein treto radar ja alles klar und ich sage es war da weil ich ihn dabei gesehen habe ganz ehrlich was ich jetzt eskalieren darf warum werden schon wieder scheiß in sie es geworfen vielleicht waren ja waren ja vom tretore er war der trader du vogel habe ich umgelegt also der granaten hat lassen doch aber der der schuss an der stelle wäre trotzdem man hat gewesen nur so nebenbei was haben wir gerade noch gesagt danke jetzt ohne witz das dauert immer bis das ankommt naja bei euch kommt gar nichts mehr an das ist der punkt direkt die nächste die vor mir explodiert man leute wo ist der blöde dete gut ich bin hier der ist tot der ist von hansi terry getötet ja von seiner eigenen dann oder was chris ist wow ich höre schon die schmutzflinte ja nicht klar weißt du tötest mich halb und dann kassierst du noch den kill für chris ja ich glaub es hackt ich will doch nicht so viel von auftauch ich hab gerade noch gesagt lass die kacke aber nein ich krieg wieder eine in der fresse ich wusste nicht dass du es bist ja ist doch kacke egal wer das ist es gibt keine zweiklassengesellschaft du hast du vielleicht eine waffe für mich erst mal wo war noch mal das baum die garage die auf geht am start ich hab mal als detektiv mal beides gekauft das gesamtpaket wieso kann ich das nicht aufnehmen bitte nicht töten gerade da rutscht ey holy shit so hat funktioniert ich glaube das wäre jetzt nicht so klug das rutschen hat schon wer eine pistole gefunden ja da ist es explodiert bei mir war es nicht das static zielt aber verdächtig auf nicht jetzt war ich aber langgelaufen das ist aber einfach weg okay ich traue Static nicht ich bewege mich jetzt nicht mehr Sollte man nie Ah! Chris! Ah! Wenn ich traue, solltest du dich lieber vor der Stelle weg bewegen ne ne du gehst ja weiter ach so aber da kann ja was liegen hier liegt eine Bombe lol äh irgendwas picken heute ist halt immer gestorben ich glaube da ist einer tot hat er keine Lebenspunkte mehr? ist er tot? ja sehr wahrscheinlich alter ihr läuft immer hier im Hanuta rum hört mal auf zu kuscheln alter das will der Kanate auch nicht diesmal war ich das aber nicht hätte ich jetzt auch gesagt ja jemand heilt sich ja alter okay ah das bleibt ich hallo hallo ja aus dem Weg ich hab da unten ne Bombe geplantet ich würde da nicht hingehen schon wieder hast doch erst das Tatic mit einer gekillt ja hm 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 also ganz ehrlich ungelogen ich glaub er hat hier statt äh glaub ich irgendwie auch ich bin unschuldig uah wo ist denn der Tatic? hier unten also unten irgendwo wenn du ne Leiter runter gehst hol mal den Detective ok könnt ihr auch hier auf dem Bodyboom sagen aber ne alles klar Chris ist tot ne ist er nicht er ist innocent er lebt wieder und er darf seinen Mörder suchen Waffelichter und irgendwie glaub ich das ist wenn du deinen Mörder kennst hüpfen mal was? ja dann happy hunt find's dich find's dich hehehe hehehe erzie nicht mich töten hier hinter uns hast du eine Chris hier in der Hecke ja ich sitz hier nemesis toll das war ne Holi sie kam von sie kam von von mir kam sie nicht also sie kam von mir aber er hat es nicht gesehen dass sie von mir kam was ok Chris was brauche ich ja meine Punkte man kam nein warum machst du das Chris ist und da denke ich er kennt seine Kinder das ist so lächerlich ihr hängt die ganze Zeit zu zweit zusammen deswegen dann stirbt der Dete nicht von der Mellow ah ne Mellow war das? hast du was? ja das war ne Mellow ich hab das jetzt aber tatsächlich gesehen dass die Koli von dir kam Chris Chris dreht sich um während ich das Knife ziehe dem wollte ich gar nicht killen damit weil er ja eh nur Half-Life hatte ahhhh grausam grausam hm sorry ne Mellow ja vorher ich hab schon in der Anziehsleben da hab ich denke jemand mit der Krober angehittet und ich glaube es war Bleddick ja ey und Chris warum schießt denn auf Nemosis ey aber ich hab mich voll erschrocken ich dachte der Bleddick kommt da hoch oh ich hab mir Glock gefunden dann holt der Deter und auf dem wieder der äh den ich gekillt hab der weiß wer es war da stand er nicht dabei ne aber Chris hatte mich ja gesehen hättest du Ästhetik wieder geholt wie du es erst angesagt hast wär alles teufzte gewesen fand ich find ich auch besser ja aber wenn ich schon ne Leiche finde kann ich auch die tote Leiche wiederbeleben ne hättest du einen anderen wiederbeleben sollen die lebendige Leiche dann geht der Mallow auch noch mitten in der Luft hoch Bleddick jetzt aber du bist Toll achso Hata woher weißt du das denn dass er innocent ist weil er Traitor ist ja eben Hata Bulldozer Action oder wie geht eigentlich mit einem Traitor das ist ja leid ich wollte Bulldozer dann zünden hab den aber irgendwie nicht gefunden macht Urlaub sonst hätte ich Bulldozer genommen anstatt Mollo Mathis schieß doch nicht Bleddick 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 ja hallo ja und alle was heißt denn immer wieder ihr tut mir völlig unrecht und hängt wieder alle auf dem Haufen viel Spaß Freude Ästhetik hat meinen Plan sowieso komplett kaputt gemacht stirbt der einfach für die anderen ja eine Sekunde weißt du eine Sekunde hättest du später da ankommen müssen dann wär alles Töfte gewesen dann wären wir mehr gestorben aber nein er bringt sich lieber selbst rum aber nein er bringt sich lieber selbst rum es ist frisch weiß ich nicht jetzt nicht weiter seid mir zu ruhig hier ist keine Action echt ey alle hängen auf dem Haufen und ich bin der einzige der sich bewegt ich auch ich glaube egal der einzige der Traitor ist oder was nö wo bist du gerade dann wär schon wer tot BAU ich hätt nicht so weg snacken können die ganze Zeit hätt ich auch schon 5 mal killen können und zweimal davon ohne dass du es gewusst hättest Hallo meinste mhm ok der Deter ist tot oh denn ja gut gemacht der ist das ist gut gekillt ich hab den DNA Scanner na toll der Traitor hat einen DNA Scanner das blockiert dir einen Spot äh ja ja ich will gucken wer kann ne das geht ja gar nicht mehr ne er wurde mit dem Messer gemacht ne hm steckt das noch drin? steckt das noch drin? nein aber man kann es sehen bei der Leichenuntersuchung steht dann also steppt and cut before quickly bleeding to death so und das bitte nochmal französisch unserer französischen Zuschauer französisch? ich kann kein französisch ich hatte zwar vier Jahre französisch aber ich kann kein einziges Wort ja willkommen im Club doch ein einziges Wort kann ich bonjour ne bienvenu ja vous de vous coucheres au revoir ce soir ja gut das ist ästhetique hat gerade einen gewacht weniger förderlich im Restaurant what the fuck ich hasse Treppen über Gary's Mod MENSCHESKINNERS leck mich auch an den Füße wo hast du jetzt einen umgelegt? ach ich bin Kanonenfutter ne wir brauchen zehn Jahre um die Waffe zu wechseln nach dem Jaggernaut Red Meister Style oder was? na ich finde das immer ein bisschen komisch alles aber Moment ich habe doch jetzt genug Punkte für ein Radar ja wo ist er denn gewesen? tot ja sei tot wann ist der denn gestorben? ach ja du warst der Dete ja boah es sind einfach drei Leute die direkt vor mir stehen und laufen einfach weg während ich mit dem Messer gekillt werde so hallo das war ein Boomerang ich war es nicht den haben wir auch nicht mehr gefunden den blöden Boomerang ich habe es nicht ganz gesehen und ich bin Dete lol der ist fast genau neben dem Messer gib mir doch ne Waffe niemals NEVER never ever never ever forever? forever ever? ever ever? ever ever? geht doch wenn du mich mal vernünftig hinsetzen Sekunde ja er ist am Kauf hat er sich erstmal neben die Musse gerichtet jetzt habe ich das wie geht es euch noch erzähl mal so ein bisschen also hier ist gerade eine Insel explodiert boah krasse Technik oder was? im Keller ja die Donne Steine die Donne Steine Deus Cause diset das der daั so was denn war das ein Dings oder was so ein hundertprozentig war das ich schwöre auf alles ich habe es ja nicht genau gesehen aber ich schwöre es kommt von dir 3 3 4 in einander ist nämlich aus der richtung wo man hinguckt von links kommt bitte noch mal in einander ich bin leicht bewehrt goldendiegel bitte man ist doch langweilig bitte ist tot immer darauf hier links guck mal bring mal hier hoch und guck mal über das ding drüber und dann bin ich tot ja nein die sind alle darüber geflogen ja das waren ja eine effektive aktion hatte deine krebs meine krebs ich habe nicht mal was gemacht Prozent und hat auch dort auch was wir suchen von mir gerät von mir ja dann sagt er hat ledig hat er ja wiederholen gerade abgekleilt wurde fast möchte ich jetzt töten würde würde ich wieder angeheult werden ja ich kann das verkraften der hammer ist ja genau auf den der vor mir steht und das ding fliegt einfach durch und landet auf der anderen seite es ist noch nicht mal durch mich durchgeflogen ich hab's nicht ganz mitgekriegt bitte also ich wusste es auch nicht warum wusste jeder ich wusste es weil er dahinter mir den headcrap launcher gezündet hat und weil ich nur dann gesehen habe wie er den dete wiederholen wollte aber ich bin traiter traiter garfield du hast montag tun wir das nicht alle chris schießt und wieder mal wurden hier wenn domina geschmissen ich könnte es echt nicht lassen oder echt lächerlich ich denke mal das war bestimmt wieder schießen ja genau bekannt ist wenn jetzt haben wir es endlich mal jetzt haben wir es endlich mal dem dem stevie ausgetrieben jetzt haben wir wieder neue die das machen wo ist der heute überhaupt nase bauen eier schocken was weiß ich denn weg chris ich wollte so schöne headshot sollte verpassen Hier der d-d ist tot der d-d ist tot der d-d ist tot der d-d-d-d ist tot Ach! Wie er nicht stirbt! Danke wie er nicht stirbt! Ach man die instant der revive von mir also kein random Also kein random kann man ja mal drüber wechseln wie sehr alle nebeneinander liegen ich liege da nicht ich bin außenseiter das ist das ist nicht die richtige rangehensweise es gibt indos die sind gefährlicher als detes aber der hat ja erstmal potenziell mehr leben ja ist ja im endeffekt ja aber das ist ein witz und der läuft hier nicht was soll das da ist fertig lass mich doch vorbei so wieso werde ich mal ein bisschen campen aber weil er deine bombe auf die andere seite gepackt hat oder was ich weiß dass er damit mit dem grapple hingekommen ist aber ich will jetpack also wo sollte sich der trader ne arme ach verdammt ich war fast ich bin versteckt ist ja schon ein bisschen assi ne meinst du nicht ach ne ne nicht bei den trader wie sie jetzt alle hier hocken beim deta ja muss ja gucken wo der ist ne wie soll ich denn sonst weg machen ich komme hier nicht durch ich hänge hier fest ja ja sterben nein das hat nicht so funktioniert ich habe jetzt liege ich halt so und wie ein stiefler nicht ich glaube ich habe einen Fehler gemacht ach guck da oben ist er aha Chris und Gabriel sind sich auf mich geworfen Kopfball zurück so ja also das solltet ihr auf jeden fall nicht nochmal machen ich komme nicht mehr weg ich habe genau dasselbe problem hat er also bist du traitor exakt er hat sich auf anderen Blick eingebracht ne 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 ich bin woanders aber meine position ist nicht so gut was da hat er gestorben da hat man falsch angekriegt oder ist tot da ist chris hallo chris komm mal schön hier ich komme hier nicht tu es nicht jetzt hängst du auch hier fest da würde ich da würde ich nicht reingehen wooh hehehe what the damn ah nemesis ist nemesis ist nemesis ist nemesis ist ich muss weg von nemesis oh fuck ich muss weg von nemesis Verlutung oder save call ich habe bis jetzt noch nichts gemacht ich werde auch nichts machen ich werde auch nichts machen solltest du nicht hinterher laufen ah Schlechte Ecke. Haha, der Nächste. Fuuuuck! Ok, blättig ist es. Nee, definitiv nicht. Sonst hättest du grad nicht die Klappe gehalten. Wieso sollte ich Klappe halten? Ja, damit wir jetzt alle denken, Nemesis ist es. Nein. Ja, aber er ist es. Wer lebt denn noch? Hallo, ihr könnt ruhig mit mir reden. Was ist denn für eine Kackwaffe? Boah, what the fuck, hab ich's nicht gezeigt? Sag doch, er ist es. Ja, ist ja gut. Scheiße, ey. Also hier würde ich noch mal hingehen. Da würde ich noch mal hingehen. Also wunderschön über das Geländer springen. Ja, du kannst da unten, du stackst da halt fest, aber du kommst halt nicht mehr weg. Als Innocenter. So, ist fertig, sie dürfen. Okay, das war eine sehr gute, sehr gute Runde von mir selbstverständlich. Und aber auch von allen anderen, bei denen ihr selbstverständlich selbstvertürlich, bitte entschuldigt, mal vorbeischauen könnt. Die Links dafür findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ja, das war's von uns. Wir sagen alle auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Tschüss.